so hallo ich habe jetzt ein bisschen damit gewartet die nächste aufnahme zu starten ich hoffe wir haben jetzt keine qualitätseinbrüche am anfang aber wenn dann ist es wirklich nur am anfang also ich weiß nicht woran es liegt sollte jetzt die qualität komisch sein bitte wundert euch nicht das wird sich gleich legen wir haben ein neues level von decay zu spielen letztes haben wir erst mal level von alina gespielt und das hier aber ich will es auch nicht ich will es nicht schaffen ich möchte nicht ich will nicht das ist möchte ich nicht bis wir zu doof ach ja das kann uns doch angucken das automatische level mit stück holen an das 7 seconds der pauladium hat es offensichtlich geschafft okay bisher haben sie nur ganz wenige gespielt warum das okay ich bin gespannt erst mal automatik der gute ist okay das ist ja alles gute schließt von selbst ja gut durch die tür muss man wohl noch selber durchgehen ja dann ist ja schon mal klar wie man hier anders durch kommt das ist dann der andere automatisch muss man den besiegen nein ach so ja dann dann ist die geschichte ja klar aber die fünf sekunden werde ich wohl nicht toppen naja das war schon schlecht die fünf sekunden werde ich wohl nicht toppen aber wieso habe ich das habe ich von ich bin davon so smooth durchgekommen jetzt kriegs nicht mehr das war nicht so smooth das war schon schlecht das war schlecht neun sekunden ne ich bin vorhin so schön zu lauber dadurch wie habe ich das gemacht wie habe ich das gemacht ich glaube das waren neun sekunden ja acht okay ach bitte bitte wie bin ich da durch so eigentlich auch nicht das hat ich bin da anders durch wie habe ich das gemacht das war so ein schöner sprung ne jetzt krieg ich den nicht mehr hin das war so ein schöner sprung nein ich krieg's nicht mehr hin ja das war der sprung das war der sprung aber wie komm ich dir jetzt so schnell ins ziel da okay nein die fünf sekunden hole ich nicht ne keine chance die hole ich nicht alles klar okay geb ich da gebe ich auf die sieben würde ich vielleicht schaffen aber ne gut retten wir mr potato 43 43 ich hoffe das ist nicht wieder so ein troll mist also entschuldigung aber das andere war halt echt nicht schön retten wir mr potato herr decay retten wir mr potato ist das mr potato oh nein nein das ist ihm sicher nicht mr potato oder wird der wird der immer zurück gesetzt wenn man den raum neu startet oh gott das sind kleine roth ah verstanden das sind alles kleine räume und man muss die mitnehmen die bombe und die wird dann aber immer zurück gesetzt wenn man den raum neu startet ja okay das ist dann ja kein troll das ist dann ja challenging dann dauert es bis die explodiert das ist dann kein das ist dann oh oh eise kartoffel nein eise kartoffel ist explodiert Oh, was? Geht die doch über den ganzen Dings rüber? Also, summiert sich das doch dann auf? Oh, verdammt. Das wird doch eigentlich zurückgesetzt. Ich glaube schon. Sonst würde es ja hier sofort explodieren, wenn es die Zeit... Ne, das muss zurückgesetzt werden. Ich war einfach nur zu schlecht. Ach, komm. Aber es ist bisher kein Troll. Kein Troll. Also... Ah, nein! Nein, ich und meine Kabel. Moment, ich muss hier kurz Real-Life-Probleme lösen. So. Habt ihr noch Sound? Ihr habt noch Sound. Äh... Sehr gut. So, einmal hochwerfen. Ich glaube, ich kann mich einfach hinstellen und hochwerfen, oder? Nice. So, was kommt jetzt? Kenne ich halt jetzt noch nicht. Jetzt ist halt alles neu. Okay, kriegen wir hin. Äh, ja gut, ich muss die halt noch mitnehmen. Scheiße. Okay, dann muss ich die hier... Da reinwerfen. Damit die hier nicht stört. Und dann da wiederholen. Okay. Okay, das muss ich alles mit der Bombe noch machen. Und dann brauche ich die Bombe für diese Münze da. An die ich so nicht rankomme. F. Aua! Aua! Ich hab da aber gerade eine Idee. Geht das? Es geht bestimmt nicht, weil sonst hätte er es rausgefixt, aber... Ich wüsste gerade noch nicht, warum es nicht geht. Muss ich ausprobieren. So, das ist die einzige Stelle, wo ich die Bombe wirklich brauche. Bisher. Scheibenhonig. Wait, warte, warte, warte. Geht das noch? Nein, geht nicht mehr. Die Röhre ist dicht. Aber ich hab nicht... Also, wenn ich sie verlieren sollte, hab ich noch eine... Ich spiele ich trotzdem weiter, weil ich möchte da was ausprobieren. Oh boy, das war schlecht. Das ist krass, dass das so viel ausmacht. Das ist echt krass. Hätte ich nicht mitgerechnet. Dass das so viel ausmacht. Kleinen, kleinen Fehler und schon ist vorbei. Und das Problem ist halt, die anderen Räume muss man erst rausfinden. Ah, das ist... Ah... Ich will jetzt eigentlich nicht den ganzen Level in dem Video hängen. Hätte ich jetzt nicht vor. Ja, es macht so viel Unterschied. Boah, es ist so knapp. Okay. Hinstellen, hochwerfen, mit... Oh no! Ja gut, egal. Ich hab mir gesagt, ich will es ausprobieren. Also werden wir es ausprobieren. Also eigentlich muss ich die nur auslösen, die Dings, und dann ganz schnell weitern. Das ist eigentlich in dem Raum okay. So, in dem Raum muss ich sie da rüberwerfen. Muss hier runter. Muss sie mir hier schnappen. Vorsichtig, aber dann schnell wieder zurück. Oh Junge. So, und in dem Raum muss ich eigentlich nur hier runter. Hopp, hopp, hopp. Und durch. Dann muss ich sie einmal hochwerfen und direkt weiter. So, und jetzt meine Idee. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhabe. So, komm her. So. So. Schlüsselhammer. Ich wette, ich brauche die Bombe noch für irgendwas anderes, aber das wird erst mal der Plan. Okay. Okay. Ich könnte jetzt, ja. Das machen wir. Aber ich brauche bestimmt, am Ende muss die Bombe irgendwo explodieren. Es redet sicherlich nicht darum, dass ich was zum Werfen habe. Es geht sicherlich nur darum, dass die irgendwo explodieren muss. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Hier muss ich explodieren. Oh, das wird richtig unangenehm, durch die Goombas durchzugehen, ne? Oh, weia. Interessant, dass die jetzt anders laufen, weil ich vorhin nur anders reinkomme. Okay. Na, schau mal, ob wir was hinkriegen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist zu viel auf einmal ohne Checkpoint. Ich glaube, das kriege ich nicht hin zu schnell. Im Rahmen meiner Geduld, würde ich damit sagen. Nein, das reicht schon da nicht. Das ist eine Anspannung. Das ist eine Anspannung. Wie mache ich das denn, ohne die zu killen? Ich müsste die werfen. Ja, 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 ich muss die werfen. Und dann hoffen, dass das schnell genug geht. Aber ich kann es halt nicht testen. Das ist ja das Dumme. Ich kann halt nichts testen. Ich muss alles auf Anhieb hinkriegen. Oder ich muss alles neu spielen. Nee, mag ich nicht. Ich bin überhaupt nicht gerade begeistert. Nein! Oh Gott. Man kann einmal daneben werfen, ja? Sick. Ja, das war meine Befürchtung. Dass ich die genau dahin werfe. Jetzt muss ich mal was testen. Wenn ich die immer wieder neu werfe, kann ich die neu... Kann ich die durchs Anstupsen? Kann ich die... Nee, kann ich nicht. Oder durchs Werfen kann man die so resetten? Nee, man reset... Okay, man kann die nicht resetten. Gut. Außer halt durchrühren. Aber der Abschnitt ist zu kurz und das... Oh, ich krieg das nicht. Das ist mir zu... Das ist mir zu stressig. Nee, es schaut schon... Nee, nee, nee. Nee, das ist mir zu stressig. Sorry. Ist mir gerade zu... Zu möchte ich nicht. So, ähm... Einmal aktualisieren. Oh! Hallo, neues Alina-Level. Okay. Dann bauen wir kurz ein Boot. Vielleicht bauen wir auch nicht kurz ein Boot. Weil wir sechs Minuten brauchen, um ein Boot zu bauen, mindestens. Wow. Okay. Boot fahren. Oh, die werden langsamer mit mir. Das ist natürlich ungünstig. Aber ich kann mich hier vorne hinstellen, dann bin ich der Steuermann. Richtig? Richtig. Bruder! Okay. Also, hier vorne hin. Und den Fischen nicht ablenken lassen. Dann ist alles cool. Ja, das ist okay. Ich kriege hier einen neuen Pilz. Wenn ich nicht doof wäre, würde ich hier einen neuen Pilz kriegen. Ja. Da kann ich rein. Was ist das denn jetzt hier? Ach so! Ich muss den Gegner noch aufwerfen, ja? Ich dachte, der prallt dann an dem Ring ab. Okay, go, go, go! Okay, go, go, go! Ist okay, ich kriege ja hier den Pilz, wenn ich diesmal nicht doof bin. Ah, aber damit ich da nach vorne fahre... Ach, Mann. Ach, Mist. Damit ich da nach vorne fahre, muss ich vorne sein und dann kriege ich alle den Pilz nicht gleichzeitig. Außer ich springe von oben ran. Wahrscheinlich kann ich das machen. Muss ich ausprobieren. Muss ich halt alles mal ausprobieren. Man weiß es nicht so genug. Ist doch einfach nett. Ja, das geht. Das war nicht so gut. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich hier klein bin. Toll. Stoppu! 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 Ich kipp's da nicht! Ach. Come on. Ich sehe da gerade Cheese-Möglichkeit. Wartet mal. Geht das? Oh nein, es geht nicht. Never mind. Wäre auch zu schön gewesen. Boah, wir haben es mal geschafft, den Pilz zu behalten. Was ist eigentlich da oben drin? Mein Lieb. Das bringt mir viel. Okay. Aber gut, jetzt sind wir mal groß. Ich bin halt so doof, das zu treffen. Ist das denn die Möglichkeit? Oh Gott! Ah! Lauf! Geh weg! Ah! Stopp! Danke! So, jetzt haben wir hier die Kanone geklaut. So, jetzt haben wir hier eine Kanone dabei. Entschuldigung. Ah! Die wir auch dringendst brauchen. Jetzt geht's wieder hoch. Verstanden. So, den brauchen wir nicht. Wait. Dann brauchen wir den doch. Da ist mein Checkpoint. Okay. Also eine Challenge noch mit Kanone. Mit Kanone zum Holen, meine ich. Damit. Mühe ich das nochmal hochkommen. In! Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Das ist jetzt nicht so gut. Dankeschön. So. Aber wir müssen gar nicht nochmal eine Challenge machen. Wir kriegen direkt den On-Off hier. Das war nicht so gut. Oh Gott, yes! Der Safe! Der Safe! Oh mein Gott! Ich dachte gerade schon, ne? Geh. Wir fahren weiter. Uff! Äh. Wait, wie komme ich da hoch? Also selbst wenn die so hochgehen, hä? Geht das dann? Ja, das reicht ja nicht mal ansatzweise. Hä? Kasst du nicht mit dir? Hä? Wieso? Ist das jetzt ein komplett anderer Raum, oder was? Das war jetzt der Anfang. Muss ich nach... Ich muss nach da drüben. Achso. Das ist ein neuer Raum. Das ist ein neuer Raum. Lasst mich bitte alle in Ruhe. Oh Gott. Ich meine, die D ist heiß. Heiß wie dieses Ding hier übrigens. Oh Gott, oh Gott. Tschüss. Oh, nice. Einen neuen Chat. Nein! Was? Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er leider schon gemacht. Oh, schlimmster Tod überhaupt. Naja, nicht schlimmster Tod, weil man kommt recht schnell wieder hin. Aber, oh mein Gott. Wäre das jetzt schwierig gewesen, hierher zu kommen? Jetzt habe ich ein Problem. Das ist ein bisschen schade, dass man da keine Möglichkeit mehr hat, sich zu retten. Wenn man da einmal fest... Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Wenn man da einmal festsetzt. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Es ist, wie es ist. Definitiv ein cooles Level. Keine Frage. Aber huiuiui. Man darf halt nicht ins Wasser fallen. Gut, aber das darf man auf einem echten Boot halt auch nicht. Da ist halt auch vorbei. Ist dann halt blöd. So, vielleicht behalten wir das mal auch unseren Pilz. Möchte mich dazu nicht äußern. Nö, will ich nicht. Wirklich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ah, dann werden wir heute immer noch nicht zu den empfohlenen Videos kommen. Und das von Herr Bergmann, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ein paar Mal auch noch nicht drin. Ist ja egal. Es läuft ja alles nicht davon. Das ist so, man macht sich irgendwie beim Mario Maker auch so einen eigenen Druck, der ja gar nicht sein müsste. So, die Level laufen nicht davon. Gut, außer sie werden gelöscht. Aber, ja gut. Und es kommt halt immer wieder ein bisschen was Neues dazu. Na, also wenn man sich Sachen aufhebt, ist es eigentlich wie mit allen anderen Sachen auch. Wenn man sich was aufhebt, wird es am Ende nur mehr. Aber dann... Ach, das gibt es doch nicht. So, jetzt mach dich mal weg. Oh boy! Verweiter! Verweiter! Mama! So, diesmal sterben wir nicht an einem vorigen Checkpoint. Das war ja super dämlich. Kann gar nicht in Worte fassen, wie dämlich das war. So, und jetzt haben wir hier die nächste Challenge und kriegen dann die zweite Kanone, oder was? Ah ja. Eisekartoffel! Noch mehr heiße Kartoffel. So. Zack. Damit ist er gedrückt. Damit ist die Kanone auf unserem Boot. Ach nee, jetzt haben wir die Seitenkanonen. Oh, die sind aber gefährlich jetzt. Das sind aber keine freundlichen Seitenkanonen. Oh Gott, oh Gott. Aber ich, ich verstehe. Ich brauche die dann, um hochzukommen. An der einen Stelle. Kann ich das so stehen, oder geht das schief? Ich brauche die jetzt schon, um hochzukommen. Oh mein Gott. Okay. Ja. Aber von der Story her ist das ein richtig cooles Level. Okay. Okay. Vielleicht sollte ich mir vorhin einen Pilz holen. Vielleicht sollte ich es einfach lassen. Okay, diesmal warten wir. Äh. So. Gut. Die machen den Rest. Sehr schön. Oh nein, jetzt ist er schon ausge... Okay, ich verstehe. Ich kann den nur einmal auslösen. Ergibt leider Sinn. Warum tue ich das? Oh Gott, war das knapp. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, wie hoch muss ich das denn schießen? Oh nein. So hoch. So, und das Ding ist jetzt weg. Weil da oben die Linie umgeändert wurde. Ähm. Stopp. Ach so. Oh Gott. Das ist jetzt nicht so gut. Aber der kommt nicht zu mir. Ich kann hier... Ich kann hier... Bedenkenlos drüber. Fast. Dann werde ich mit dem Pilz ja aufheben. Weil für das hier darf ich eigentlich keinen Pilz verlieren. Das wäre super dämlich. Das wäre super dämlich. Komm, mach dich weg. No! Okay, ist er da. Okay. Einmal Pilz holen. Dabei nicht sterben vorher. Danach wird er auch nicht. Gut. Den mach ich erstmal weg. No! Zurück! Kommando, zurück! Zurück! Nein! Ja, jetzt hab ich... Ich hab doch schon wieder verkackt. Nein, 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 nein. Nicht Neustart. Nicht Neustart. Das geht doch so sofort okay. Äh, egal. Wobei, kann ich den jetzt nicht schon auslösen? Nein, ich brauch zwei, okay. Ah, ist doof, dass man da nicht vorher den Checkpoint... Achso. Kann ja nix gehen. Kann ja nix passieren, so. Aber die Idee, müsst ihr schon zugeben, die ist fantastisch, ne? Dass man hier sein Boot so aufbaut und wie das dargestellt ist, es ist schon richtig gut gemacht. Also da. Wieso schießen die jetzt eigentlich gleichzeitig? Von haben die sich komplett anders verhalten. Nein! Komme ich hier irgendwie nochmal hoch? Ähm. Ähm. Jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Da ist mein Antrieb. Alter, bin ich halt wieder zu unfähig für alles. Es tut mir leid. Ach, komm! Auf всё. Soap. Soap, uh... Nein, geh weg! Oh Gott, ich habe ein Problem, was ich retten kann. So, komm her jetzt. Achso, und je nachdem, wie ich die reinlade, schießen die auch anders. Ja, ja, okay. Okay, so, die haben wir schon mal wieder. Und jetzt haben wir auch den Pilz noch. Das heißt jetzt... Okay, der ist gefährlich. Wenn ich da zu schnell nach vorne fahre, dann schießt der mir ins Gesicht. Was auch gar nicht gut ist. So. Der passt. Okay, egal. Was kommt denn jetzt? Wo, wo, was? Was schießt der denn? Gott! Es darf nicht wahr sein. Es darf doch nicht wahr sein. Na toll. Danke für nix. Ah, schießen sie gleichzeitig. Wenn ich genau in dem Moment sie reinlade... Okay, dann schießen sie gleichzeitig. Da ist mein Pilz weg. Weiß ich, ob das gut ist, wenn sie... Mama! Wenn sie gleichzeitig schießen. Ich glaube, das ist gar nicht so gut. Ich hätte gern, dass sie abwechselnd schießen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da unschlüssig. Toll. Ich muss so oder so drei Jahre warten. Aber es hilft nix. Ah, so. So. Jetzt machen wir auch wieder einen Pilz dabei. Wie ist diesmal der Schuss? Erst der vordere, dann der hintere. F. So, langsam fahren. So, hier lasst ihr mich erstmal runter. Jetzt muss ich den Sprung halt hinkriegen. Nee. Jetzt habe ich sie neu reingeladen. Das heißt aber, ich kann die zwischendurch auch umsetzen. Jetzt schießen sie wieder andersrum. Jetzt kommt sowieso das ganz Gefährliche. Oh nein, ich muss da raus. Ich muss den stoppen. Ich muss warten, bis der da oben geschossen hat. Schieß, Junge. Wie oft schießt der denn so? Jetzt. Reicht nicht. Okay, warte, man könnte über das Eis drüber. Mit einem gezielten Sprung könnte ich über das Eis laufen. Ist das angenehmer? Er schießt halt nicht. Jetzt hat er geschossen. Reicht überhaupt nicht. Ach, Mensch. Das reicht halt überhaupt nicht. Schieß nochmal da oben. Jetzt hat er geschossen. Der schießt halt relativ selten, ne? Ich hab Angst. Um Gottes Willen. Oh, oh, da brauch ich beide dafür. Oh nein, ich brauch da beide für, ne? Und dafür sind die jetzt halt zu unsynchron. Oh Gott. Oh Gott. Yes! Nein! Ist es denn die verdammte Möglichkeit? Danke für nix. Gib mir den verdammten Pils. Nein! Gut. Wer braucht schon Pilzen? Ja cool, dann halt nicht. Ja cool, dann halt nicht. Jetzt läuft der Sletter durch. Nein! Nein! Äh, schieß bitte nochmal, Freund. Oh Gott! Ich bräuchte dich. Oh Gott! Ich bräuchte dich hier. Ich bräuchte dich hier wirklich. Ja, jetzt ist es zu spät. Warum fehlt da die Hälfte? Hier kommt ein halbes Boot angefahren. Wer hat das denn angegriffen? Nein! 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 Das gibt's doch nicht! Danke für nix! Das ist jetzt aber auch eine Stelle, ne? Alles was schief geht, geht schief. Ey guck mal, wir haben wieder ein ganzes Boot. So. So. Wieso schießt du jetzt der andere? Oh mein Gott. Danke, wir sind noch groß. Wehe! Okay. Nice! Nicht so nice. Kann ich hier stehen oder schießt der mich dann genau ab? Okay, der schießt mich hier nicht ab. Sehr gut. Dann kann ich hier warten, bis ich hochkomme. Ja. Alles klar. Verstanden. Wo trifft der? Da. Bisschen rüber. Bisschen rüber. Und wir kommen raus. Nicht ins Wasser! Oh Gott! So und jetzt können wir hier hochkaufen. Oh Gott! So und jetzt können wir hier hochkaufen. wo wir vorhin nicht hochkonten. Nicht ins Wasser! Junge! Ich sag's dir. Einfach nur hoch! Einfach nur hoch! Einfach nur hoch! Einfach nur hoch! Es gibt's nicht, wenn ich ins Wasser falle. Ich raste aus. Oh Mama! Ich raste aus, wenn ich ins Wasser falle. Ich hab grad so Angst ne? Oh Gott! Mama! Das gibt's doch nicht! Dass ich mich nicht traue! Unfassbar! Yes! Bam! Jetzt geh ich wieder runter, oder was? Okay! Wir fahren vorsichtig weiter! Ich hab keine Ahnung was kommt! Ähm! Achso! Wir gehen hier hoch! Okay! Alles klar! Oh mein Gott! Was ein Level! Wie lange war das? 20 Minuten? Irgendwie sowas! Was? Ja! Uff! Aber großartige Idee! Oh! So kommen diese Dinger zustande, jetzt wisst ihr's! So! So! Satz zeigen sie dir übrigens keine gute Tiere! Oh mein Gott ey! Was ein Level! Entschuldigung! Okay! The game gets harder as you progress! Wir gucken mal ob wir das noch hinkriegen! 47 Minuten! Und es gibt schon den Rekord! Das hat schon jemand geschafft! Achso! Ah! Ich hab's verstanden! Ja! Ich bin ein Dumm! Verstanden! Er war Donkey Kong! Boom Boom ist Donkey Kong! Und das sind die Fässer! Und ich bin doof! Ja! So! Ja! Coole Idee aber! Ich glaub das war nicht so... Doch der stirbt schon! Okay! Jetzt weiß ich nur nicht wie hoch das geht! Da geht's weiter! Okay! Oh nice! Mit Checkpoints sogar! Ah! Das hab ich gehofft! Dass mir das passiert! Das sehr gut! Stirb! Aber jetzt ist mein Helm weg! Schade! Könnte mir einen neuen holen! Uh! Ich hab keinen Splinter! Ups! Stimmt! Die sind... Stimmt! Über... Die kann ich gar nicht drüber! Die sind ja natürlich tatsächlich! Äh... Muss ich mir ja wirklich wieder einen holen! Aber ich krieg ja hier direkt einen! Haha! Bewusst wie! Das war jetzt blöd! Äh... Scrolling? Okay! Ich hatte grad schon Bedenken! Schön! Schöne Ideen! Kann man eigentlich auch nicht viel Bedenken! Außer, dass man die Dinge als Helm aufsetzt! Aber ich glaube, das kann man... Ist sogar mit teilweise gedacht! Ja, wenn ich nicht gestorben wäre, wäre das vielleicht sogar was geworden! Aber... Egal! Muss ja nicht immer sein! So! Sehr schön! Gut! Einmal aktualisieren! Gut! Haben wir jetzt irgendwas ausgelassen, was ich spielen wollte? Auf dem Weg hierher! Nein! Da ist Cave Counter 2! Nein! Alles in Ordnung! Ich glaube, wir haben nichts ausgelassen! Okay! Ähm... Dann möchte ich jetzt trotzdem ganz schnell die ID von Bergmann eintippen! Und gucken, ob sein Weltrekord schon geschlagen wurde! Weil dann würde ich es eh gleich, glaube ich, lassen! Mich interessiert das nur, wenn ich seinen Weltrekord schlage! Sonst nicht! BPG! Wobei das Level an sich auch cool aussah! Das Level würde ich schon spielen, aber halt nicht mit Rekord! Ja, das ist schon längst weg! Okay! Aber egal! Wir spielen einmal das Level! Das Level sah cool aus! Wahrscheinlich stelle ich mich jetzt komplett an! Ich weiß es nicht! Jo! Jo! Moin! Das ging schon mal schief! Jetzt wisst ihr auch, wofür die Rezeptor ist! Ach komm schon! Da ist schon so ein riesiger Cooper und ich verhause! Oh je! Das ist gar nicht so simpel, ne? Das sah wieder so viel einfacher aus beim Zuschauen! Oh mein Gott! Das sah wirklich viel einfacher aus beim Zuschauen! Oh mein Gott! Was tue ich? Was tue ich? Das gibt's so nett! Okay! Ah! Ich hätte warten zu... Ja, bin ich denn eine Nuss? Ja, bin ich denn eine Nuss? Da dachte ihr, er holt sich den Weltrekord und kann nicht mal das Level spielen! So ein Ding ist das! Was? Na, gehst du da hoch? Musste ich den mitnehmen? Ich weiß es gerade nicht! Nimm einfach mal mit! Ja! Checkpoint wäre jetzt ganz gut! Ich weiß gar nicht, ob es einen gab! Äh, was muss ich hier tun? Ah! Ah! Das da! Checkpoint! Oh! Okay, das ist in Ordnung! Immerhin haben wir eine Checkpoint gehabt! Äh! Da geht er wieder weg! Der Hund! Und es ist wirklich einer! Es ist keine Beleidigung! Ich darf das sagen! Es ist ein Hund! Ach Mist! Ich habe jetzt vergessen, dass da mit den Wirbelwinden gearbeitet wurde! Wieso wollte ich dieses Level spielen? Okay, nein! Es ist ja nicht schlimm! Es sind ja keine schlimmen Wirbelwinde! No! Ah! Alles ist furchtbar! Lässt sich das noch umkehren oder ist das jetzt doch schon vorbei? Weiß es gar nicht! Es ist vorbei! Okay! Hä? Wie ist denn einer da beim Springboard gesto... Was? Wie ist man denn... Kann man denn... Achso, ja gut! Man kann da wahrscheinlich reinspringen! No! Ah, das ist furchtbar! Okay! Das sah tatsächlich einfacher aus beim Spielen... Äh, beim Zuschauen! Ich! Was ist das? Ich! Was ist das? schon wieder vorbei. Das ist vielleicht ein bisschen doof, dass man keine zweite Chance hat, aber gut. So ist es halt. Bam, 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 bam. So. Hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier rüber, da rüber, da rüber, keine Ahnung. Ach, da ist ein Springboard runter. Ich muss auf den drauf und dann rüber. Oh mein Gott. Okay. Da bräuchte ich noch mal nicht. Oh boy. Okay, gut. Schön die Ecken erwischen. Schön die Ecken erwischen. Hier drauf, hier drauf, hier drauf. Da rüber. Da drauf, oh mein Gott. Ach, du Schande. Jetzt verstehe ich, warum er gesagt hat, er möchte nicht, dass jemand ihm den Weltrikot wegnimmt. Der war nämlich echt gut. Oh boy. Ich würde das niemals am Stück schaffen. Habe ich mich wieder überschätzt, aber so lernt man. Was muss ich denn da oben machen? Alles. Alles wahrscheinlich muss ich machen. Einfach alles. Oh boy. Hopp. Na dann halt nicht. Hopp. Hopp. So. 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 Sheesh. Sheesh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dem komme ich dann eins höher Der da Und hoch Oh boy Ah, das war doch das Ende Okay Schisch Gut, der Rekord ist doch ein bisschen weiter weg als gedacht Gut, den schaffen wir nicht Egal Alles gut War schon interessant genug, das Level zu schaffen, tatsächlich Wow Fünf Minuten Jetzt können wir mal kurz gucken, was der Bergmann für eine Zeit hatte Aber wie gesagt, die war deutlich besser So, ich wette, der hat auch ein Herz vergeben Wo ist er denn? Da Und seine Zeit war? Sieht man jetzt gar nicht, oder was? Sieht man das jetzt gar nicht? Ich dachte, man kann hier seine Zeit sehen Man sieht hier nur, wer geschafft und wer Herz vergeben hat Na gut Dann kann ich es leider nicht ändern Okay Interessant Haben wir das auch geklärt? Danke fürs Zuschauen Ich schließe hier die Aufnahmesession ab Nächstes Mal werde ich mich hoffentlich um die Empfehlungen kümmern Ich habe jetzt mittlerweile drei Empfehlungen Eins vom Lutz Zwei vom Aggressor Und die werde ich in der nächsten Aufnahmesession hoffentlich mit einbauen können Wenn bis dahin nicht hier ganz viele Dinge passiert sind Aber ich glaube es fast nicht Ich denke nicht, dass da so viel passiert sein kann Dass ich gar nicht andere Sachen mit reinziehen kann Also Wir haben jetzt gerade erstmal alles aufgeholt Das ist ganz gut Das hier kann ich nicht spielen, ne? Two-Player Deswegen ist da kein Dings Das hier will ich nicht spielen Es ist alles gespielt, was ich spielen möchte Danke fürs Zuschauen Und tschüss Danke fürs Zuschauen Danke fürs Zuschauen Danke fürs Zuschauen